Lernende und Berufsbilder Sie nehmen sich ein Wunder, was uns als Ausbildungsbetrieb ausmacht. Wir haben unsere eigenen Lernenden und Berufsbildner überfragt. Ich schätze die Kultur sehr, dass das Menschliche immer im Vordergrund steht. Man setzt sich viel für uns Lernende ein. Bei uns kriegen die Lernenden in einem Familienunternehmen eine vielseitige und spannende Ausbildung. Wir Lernenden werden in diversen Anlässen mit eingebunden. Das kann seit Lernender Woche, Weihnachtsbier oder der Berufsmass. Die Wertschätzung für Berufsbilder ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, was uns als Familienbetrieb auch dort auszeichnet. Mir gefallen vor allem die kleinen Sachen, die man hat. Zum einen die eigene Kantine, die gutes Essen bringt, das Schulmaterial, das zurückgestattet wird und das Uabo, das man auch geschenkt wird. Uns zeichnet aus die Vielfältigkeit der Berufe, die wir anbieten. Wir haben viele Weiterbildungsmöglichkeiten und wir werden gut unterstützt in der Ausbildung und als Schuler. Wir arbeiten hier sehr selbstständig, weil wir unsere Aufträge direkt von der Produktion bekommen und haben so auch Unterkontakt. Bei uns sind Lernende nicht nur Lernende, sondern wir als vollwertige Mitarbeiter waren. Wir arbeiten hier, wir arbeiten hier. Wir arbeiten hier. Wir arbeiten hier, wir arbeiten hier. Wir arbeiten hier für die Hälfte. Vielen Dank.